Hallo, ich bin der Philipp, das ist der Max und wir sind hier am Skaterplatz in Brasa. Der Max macht jetzt ein paar coole Videos von mir. Gut, jetzt gehe ich auf die nächste Bahn. Ich weiß, ich bin zu angst. Stellst du es auf die Füße, oder was? Ja, okay. Ich muss mit Tony Hawk, Ramp. Okay, der Noob kommt. Oh, Scheiße! Oh, Scheiße!